Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 14. Oktober Jesus sprach, der Vater, der mir meine Schafe gegeben hat, ist größer denn alles. Johannes 10, Vers 29 Was sind das für geheimnisvolle, hintergründige Vorgänge? Es geschieht ja beständig in der Welt, dass Menschen, die fern waren vom Reich Gottes, zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen und dass sie ihn annehmen als ihren Erlöser und Herrn. Wie kommt nun so etwas zustande? Vielleicht so, dass solch ein Mensch einen überzeugenden Prediger gehört hat, oder dass er durch das Zeugnis eines Bekannten von der Wahrheit des Evangeliums überführt wurde, oder dass er selber erkannte, wie sein bisheriger Weg falsch war und wie sehr er darin unglücklich und friedlos wurde. Und darum hat er sich zu Jesus aufgemacht. Das alles ist richtig, und doch, es ist noch nicht das Entscheidende, warum ein Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt. Was ist denn das Entscheidende? Jesus verrät es uns hier. Dieser Mensch ist vom himmlischen Vater, dem Sohn, dem Herrn Jesus, übergeben worden. Da war also schon etwas im Gange, ehe wir daran dachten, den Herrn Jesus aufzunehmen. Der Vater übergab uns seinem Sohn. Darum also gab es in unserem Herzen keine Ruhe, bis wir Jesu Eigentum wurden. Darum also arbeitete der Heilige Geist in uns und zog uns so mächtig hin zum Herrn Jesus. Das ist eine sehr ermutigende Wahrheit. Die Schafe Jesu dürfen wissen, dass sie von der höchsten Instanz dem guten Hirten übergeben wurden. Und nun dürfen sie ihm in all ihrer Schwachheit angehören, denn sie sind unbestreitbar sein Eigentum. Vom Vater wurden sie dem Sohn Gottes geschenkt, und außerdem hat der Sohn sie mit seinem Blut erkauft. Herr, wir danken dir, dass unser Glaube auf festem Grund stehen darf. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Jesus Christus segne dich.